Hallöchen liebe Bastelfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und zwar heute ein Gewinnspiel. Ja, ihr seht schon, ich halte den Flyer oder beziehungsweise das Poster für die nächste Modellbaumesse in Ried im Innenkreis in Österreich in der Hand, die am 15. und 16. Oktober dieses Jahr 2022 stattfindet. Ja, ich habe mal wieder zur Verfügung gestellt bekommen von der Messe Ried 2x2 Freikarten für genau diese Modellbaumesse und die möchte ich natürlich an euch weitergeben. Vorab, die Gewinner werden namentlich an die Leitung der Messe weitergegeben, das heißt, wenn ihr die Glücklichen seid und gewinnen hier beim Gewinnspiel dann die 2 Eintrittskarten, also 2x2, also 2 Gewinner gibt es zu je 2 Eintrittskarten, die Namen werden dann quasi an der Kasse hinterlegt und ihr geht dann einfach auf die Messe, sagt dann, hey, wir haben hier Eintrittskarten gewonnen, sagt euer Name und dann geht das Ganze seiner Dinge. Ich möchte dieses Mal lediglich eine Frage von euch beantwortet haben und die Antwort auf diese Frage schreibt ihr unten in die Videokommentare. Daran denken, was der Vormann schreibt, muss nicht richtig sein und wer mehrfach schreibt, der wird natürlich vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Ja, ansonsten schaut dann gerne auf der Messe vorbei, wenn ihr was gewonnen habt, könnt ihr euch bei mir kurz bedanken kommen. Ich weiß nicht, ob die Kollegen auch Gewinnspiel machen mit den Freikarten, aber das bleibt ja dann deren Geschichte. Und deswegen gibt es jetzt kurz für euch umknackig die Frage, zum wievielten Male findet denn diese Modellbaumesse hier in Ried statt, beziehungsweise die wievielte Auflage ist diese Messe. Ich drücke euch recht herzlich die Daumen und sage daher erstmal Tschüss. Halt, ihr sagt noch nicht Tschüss, denn wir müssen ja klar noch die Dauer des Gewinnspiels klären. Und zwar lose ich die Gewinner am nächsten Samstag aus, der 8.10. Also jetzt nicht jetzt der kommende Samstag, sondern ich lasse das eine Woche laufen und dann quasi habt ihr jetzt anderthalb Wochen lang Zeit. Heute ist ja Donnerstag, jetzt wo das Video rauskommt. Und je nachdem wann ihr das Video seht, bis zum 8.10. habt ihr die Möglichkeit, hier am Gewinnspiel teilzunehmen. Und ja, schreibt einfach eure Antwort unten in die Videokommentare rein und deswegen drücke ich euch die Däume. So, kleiner Jogger im Rande. Wer TV Total guckt, versteht's. So, in dem Sinne, viel Spaß beim Teilnehmen. Ich drücke euch die Daumen und dann sehen wir uns hoffentlich, auch wenn ihr nicht gewonnen habt, gerne auf der Messe wieder. Tja, in dem Sinne, macht's gut, tschüss, euer Christian von der Frau Mattels. Ade.